Es hat einen Aufruf gegeben für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Genau, für die Klage, vor allem für das Verwaltungsgericht. Da möchte ich mich wirklich bei allen ganz herzlich bedanken, die die Klage unterstützt. Und so viele auch aufmunternde Worte und einfach Unterstützung. Es war sensationell. Du hattest nie erwartet, du bist nicht alleine. Ja genau. Ja, dann ist man viel weniger zugänglich für rationale Argumente. Und der Druck, der kollektiv erzeugt wird, auch wenn man den vielleicht nicht immer wahrnimmt, aber der ist enorm. Er hat jetzt über die anderthalb Jahre noch zugenommen, aber der war auch am Anfang schon enorm. Die Leute waren ja im Schock, was da passiert. Und so kann ich mir das schon erklären. Gibt es allgemein bei den Polizisten ein Gefühl von Mensch, wie weit geht das noch? Was muss ich noch machen? Sind die auch irgendein Wunderdruck oder machen die einfach nur noch Befehle? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge am Tisch. Diesmal mit Katharina. Wer sie nicht kennt, du bist Katharina Lehmann, ehemalig, Polizeipsychologin. Genau. Und der hat mir gesagt, du darfst nicht mehr arbeiten. Ja genau, so ist das gewesen. Genau. Ja, wir sind ja 5,5 Jahre jetzt bei der Stadtpolizei Zürich gearbeitet. Und eigentlich auf Ende Januar ist mir frischlos gekündigt worden, weil ich mich geweigert habe, meinen medizinischen Attest von einem Vertrauensarzt zu untersuchen. Das heisst, du hast ein ärztliches Zeugnis, dass du keine Maske haben darfst und das ist angezweifelt worden? Ja genau, das wollte ich einfach nachher überprüft haben. Und dann habe ich nachher mal angeschaut, was gibt es für Gründe, dass man jemanden zum Vertrauensarzt schicken kann. Und es gibt so vier verschiedene Gründe. Und dann habe ich einfach gesagt, wenn ich das jetzt umschreibe, dann müsste ich mein Rückgrat abgeben. Welche Gründe sind das? Also einerseits natürlich Krankheit, du fallst aus, du kannst eigentlich den Job nicht machen, den du dafür angestellt bist. Wenn jemand irgendwie Verdacht hat auf Drogensucht und wenn man Zweifel hat am Zeugnis. Dann kann man jemanden sozusagen auffordern, sie kann zum Versuch beim Vertrauensarzt und für das musst du das unterschreiben. Und sie haben jetzt den Grund genommen, Zweifel am Zeugnis, um das einzusetzen? Sie wollten wissen, ja, könnte ich dann vielleicht mal eine halbe Stunde etwas machen mit Maske oder... Ja, einfach, sie wollten schauen, wie lange könnte ich mit Maske etwas machen. Also vergleichen kann ich das, wie wenn ich einen Beinbruch habe, ich bin eingetipselt, du kannst nicht auf dem Baugus arbeiten, aber du könntest uns im Büro sitzen und helfen. Genau. Das können Sie so vergleichen? Für das, nein, das heisst ja noch nicht so... Ach so, Stil ist eigentlich das. Genau, normalerweise kann das so begründet werden, oder in dem, ja, aber das verhält nicht in dem Fall, weil ich bin weder krank, noch falle ich aus, noch kann ich Tätigkeiten, habe ich nicht können, also ich habe eigentlich alles noch machen können, oder? Und es gibt Ausnahmen, sozusagen, von diesen ganzen Massnahmen, wenn man ein Attest hat. Oder besondere Gründe. Oder besondere Gründe, oder? Und ich habe sogar ein medizinisches Attest. Und das hat man dann angefangen anzweifeln, weil irgendwann war klar, wo ich politisch stehe. Ähm, ja, und dann hat man einfach probiert, da Zweifel zu schüren an diesem Attest. Und ähm... Aus politischen Gründen. Genau. Genau. Das ist so, ja, ich habe eine Grippe, aber aus politischen Gründen zweifeln wir das auch. Richtig. Vielleicht kann ich ja gleich gucken, dass ich arbeiten. Genau. Ja, und was ja wirklich noch zusätzlich absurd war, also ich war ja neben meiner Funktion als Psychologin noch verantwortlich für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Und dann hat man mir vorgeworfen, ich würde meine Vorbildfunktion nicht wahrnehmen, weil ich keine Maske trage. Also einfach die Öpfel mit Birnen zusammengefallen. Also einfach absurd. Da weisst du irgendwie gar nicht mehr was zu sagen. Und meine Funktion ist ja genau das. Darauf aufmerksam machen, ja, wenn es vielleicht gewisse Massnahmen schädigend sein für die Mitarbeitenden. Und das sind natürlich die Masken. Also ist doch das meine Funktion. Für das bin ich angestellt. Also nicht nur, dass ich bestätige, was man schon weiss. Für das braucht man nicht eine Expertin, oder? Ja. Ja, und genau das ist mir vorgeworfen worden. Wenn ich jetzt eine Expertin vor mir habe, ich habe vielmals schon gesehen und ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch selber erlebt. Die Maske ging an. Und dann ist mir die Träumlung geworden. Ich habe mich jetzt einmal so umgekehrt. Also ich bin wirklich umgekehrt. Ist das ein Problem, wenn man eine Maske an hat, über längere Zeit? Also einfach mit dem, wo ich mich informiert habe, mit den Studien, die dann gemacht sind worden, mit der Literatur, die es dazu gibt, ist das Problem, ja? Ja. Also das weiss man heute. Das gibt die Literatur. Und die habe ich dann auch schon beim rechtlichen Gehör einfließen lassen. Im weiteren Verlauf habe ich auch die Studien einfließen lassen. Entweder wird es nicht gelesen. Man kann nicht mehr zurück. Es nützt nichts. Einfach nicht zugänglich für rationale Argumente. Kannst du dir vorstellen, warum es das gibt? Warum es mir da nicht zugänglich ist? Wie kommt das? Wie kommt so etwas zustande, dass es eine Richtung gibt? Ich verstehe uns nicht. Vielleicht kannst du... Ja, ich verstehe das als Psychologin. Als Mensch komme ich immer wieder an die Grenze. Ich muss sagen, ich bin fassungslos. Also eine Gesellschaft, die einfach dermassen ins Mittelalter zurückkommt. Dann frage ich dich als Psychologin, wie ist das möglich? Ja, es ist halt, wenn so viele Ängste um sie sind. Oder sie haben wahnsinnig viel Ängste geführt worden. Also das löst Stressreaktionen aus. Also viele haben direkt Angst vor so einem sogenannten Virus. Andere haben Angst, sie könnten eben die Eltern anstecken oder die Verwandten. Oder sie sind schuld. Oder die Grossmutter töten und sowas. Ja genau. Also wir haben alles dafür gemacht worden, dass die Ängste so hochgefahren wurden. Und wenn Ängste da sind, das schaltet das Grosse Sinn aus. So ist es nur noch, wie geht das? Flucht, Angriff oder Todstellung. Ja genau. Ja, es ist halt einfach, dann ist man viel weniger zugänglich für rationale Argumente. Und einfach der Druck, der erzeugt wird, kollektiv. Auch wenn man den vielleicht nicht immer wahrnimmt. Aber der ist enorm. Also er hat jetzt über die anderthalb Jahre noch zu genommen. Aber der ist auch am Anfang schon enorm gewesen. Mit dem Schock. Also die Leute sind ja im Schock gewesen. Ja. Was da passiert. Und so kann ich mir das schon erklären. Und darum blöd gesagt. Also mir tut es für alle leid, oder? Wollt sich die Impfung holen und sich das Zeug rein schiessen. Wir tun das auch auf YouTube rauf. Impfung ist okay und alles andere Satire und Blödsinn. Wir machen ja keine ausdrücklich, wir machen keine medizinische Informationen. Wir tun ja nur miteinander reden. Das ist nur für alle YouTuber, die zuhören und das Gefühl haben, sie müssen ein Video melden. Okay. Ja genau, das ist das, was wir machen. Genau. Ja genau. Ja und die Leute, die sich vielleicht sicher fühlen mit der Impfung. Dass die nachher, dass der Stress runtergeht und dass die plötzlich wieder zugänglich werden für andere Argumente. Das ist so ein wenig meine Hoffnung, oder? Dass die plötzlich wieder irgendwie klar anfangen zu denken. Und das ist ja so eine Lumpimanipulation, die da läuft, oder? Und somit hat eine Impfung auch einen Vorteil? Ja, so gesehen. Es hat einen hohen Preis, oder? Ja. Ein sehr hoher Preis. Aber ja, da sehe ich wirklich vielleicht noch eine Chance, oder? Das merkt die Leute. Vielleicht wieder wirklich mal schauen, ja, was lese ich da eigentlich, oder? Ja. Und da gibt es noch andere Informationen. Ja, vielleicht könnte ich die auch mal lesen, oder? Vielleicht. Zurück zu der Polizeipsychologin. Du bist zuständig für intern für die Polizisten eigentlich gewesen, oder? Mhm. An den Demos sieht man immer wieder einmal die Polizei, die, ich sage jetzt einmal, relativ, wie sagen wir das, strikt gegen Demonstranten losgeht. Und da gibt es an Orten, wo die Polizei unterstützt, ihren Job macht, dass es sauber ist, alles zusammen. Gibt es allgemein bei den Polizisten ein Gefühl von, Mensch, wie weit geht das noch? Was muss ich noch machen? Sind die auch irgendetwas unterdrücken, oder machen die einfach nur noch Befehle? Wie muss ich mir das so vorstellen? Eben, wir haben es vorher auch schon an. Und es ist eigentlich so, es läuft auch dabei mit der ganzen Gesellschaft. Oder es gibt die, die wirklich überzeugt sind, da ist eine Gefahr. Und die meinen, sie machen wirklich etwas Gutes, oder? Wenn sie diese Massnahmen durchdrücken. Und dann gibt es natürlich andere, die Zweifel haben. Grosse Zweifel, die sich auch Fragen stellen bezüglich Verhältnismässigkeit. Ähm, ja, es gibt auch dort einfach alles, oder? Aber es gibt halt schon auch die, die wirklich denken, das dient, die Bevölkerung. Sind wir halt das Richtige? Ja. Wir müssen die Bevölkerung schützen und so. Ja, ja. Darum wird es schwierig, oder? Wie kommt man aus einem so tiefen Kreis aus Angst heraus? Was macht man da am Schlauesten? Ja. Die hat jetzt eine Idee, aber ich lasse die jetzt zuerst wieder. Ja. Ähm. Also was halt einfach wirklich der Fall ist, auch wenn man es dann immer wieder probiert, es nützt in dem Moment, nützen rationale Argumente nichts, oder? Also es nützt eher etwas, nachher wirklich auf die emotionale Ebene zu gehen und halt einfach auch die Ängste zu verstehen, oder? Ja. Dass wenn, ja, dass man dort mehr ankoppeln kann als... Was ich meine, was ich meine ist, wenn ich jetzt so... Also, ja gut, das sind noch andere Themen, aber... Ja. Also du meinst jetzt einfach, wenn jemand sieht, da läuft etwas schief. Ja. Genau. Also dann halt vernetzen, mit anderen vernetzen, oder? Und das, das denke ich, das... Ja, das haben sich so schnell so viele Gruppen auch gebildet, oder? Und dann wirklich auch geschaffen, zusammen zu arbeiten. Und das gibt dann auch wieder... Es gibt dann auch wieder Mut, oder? Also einfach, dass man sich wirklich eine Gruppe sucht. Dass man sieht, man ist nicht allein. Ja, genau. Ja, das macht extrem viel aus. Apropos nicht allein. Es hat einen Aufruf gegeben, um dir helfen... Ja, genau. ... für deine Gerichtsverhandlung. Jetzt kannst du einmal den Leuten erklären, wie das funktioniert, bevor du überhaupt eigentlich ans Gericht gehst. Wie funktioniert das? Das ist ja speziell, wenn du so wie du angestellt warst, oder? Ja, es ist einfach... Jetzt bei der Stadtverwaltung, oder? Ist der Fall, dass... Wenn du klagen willst, musst du zuerst einen stadtinternen Rekurs machen. Und jetzt in meinem Fall, oder? Wo das wirklich eben um das ganze Politische geht und die Einstellung und alles, ist das einfach ein kompletter Leerlauf, weil der Stadträt ja sozusagen die Massnahmen umstützt und erlassen hat. Und es eigentlich klar war, dass die das einfach werden bestätigen, die fristlose Entlassung. Also es ist einfach wirklich ein Leerlauf, oder? Wo man muss machen, aber sonst kommst du nicht weiter. Und die nächste Stufe ist unser Bezirksrat. Das ist dort hängig. Und dort ist es auch so ein bisschen zürich-spezifisch. Es ist ein Gremium eben so eigentlich zwischen Exekutiven und Judikativen. Ja. Sie sind administrativ, unterstehen sie auch den RICARD, also einem Sicherheitsdepartement. Nicht führungsmässig, aber es ist nicht völlig unabhängig in diesem Sinne, oder? Und von dem her, ja, sind dort Chancen, auch nicht gerade wahnsinnig gross, dass dort wahrscheinlich anders entschieden wird. Und dann ist der dritte Schritt, ist das Verwaltungsgericht. Und dort wird es halt relativ teuer. Und wenn du einen Klagewert hast, dann hast du schon relativ hohe Tristkosten, dass du überhaupt klagen kannst. Ja. Und dann hast du Anwaltkosten. Und im Fall, ja, ich würde sagen im Moment, es ist halt wirklich offen, oder? Es gibt dort sicher ein wenig grössere Chancen, aber ob sie dann wirklich anders entscheiden muss man sehen, oder? Und dann trägst du natürlich auch noch die Kosten von der Gegenseite. Und dann kommt es dann... Also wenn du verlierst, Sada, hast du die Kosten von der Gegenseite? Wenn du gewünscht, tragen sie deine Kosten? Ja, genau. Es kommt nicht darauf an die Gerichtskosten. Du zahlst zum Teil sogar selber, habe ich jetzt auch gesehen gehabt. Und du musst in Vorleistung gehen? Ja. Und das ist jetzt, für meinen Fall ist das sicher zwischen 7000 bis 8000, oder? Ja. Schon nur, dass du ans Gericht kannst. Also, als Privatperson kannst du dir eigentlich das System gar nicht mehr leisten. Ja. Und, aber, weil du es jetzt eben angesprochen hast, also, das Geld ist unschnell eigentlich zusammengekommen. Aber es hat einen Aufruf gegeben für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Genau. Für die Klage, also jetzt vor allem für das Verwaltungsgericht. Und ja, da möchte ich mich wirklich bei allen ganz herzlich bedanken, ja, die die Klage unterstützt. Also es ist... Und so viel auch aufmunternde Worte. Und einfach Unterstützung. Also es ist... Sensationell gewesen. Also ich habe es nie erwartet. Du hast ja mitgekriegt, du bist nicht allein. Ja, genau. Ja, genau. Es macht so viel aus, oder? Ja. Es macht so viel aus. Ich habe irgendwie ein Gefühl, es gibt eine schwiegende Mehrheit. Und das sind die, die einem so helfen. Die, die nicht können, nicht dürfen etwas machen, aber irgendwie so jemand helfen. Ja. Ja. Du bist vorne dran. Du hältst für uns den Kopf her. Ich kann nicht anders, als dir das so helfen. Ist das möglich? Ich glaube, es ist noch nicht eine Mehrheit. Aber ich glaube, es sind mehr, als wir denken. Eine schwiegende Mehrheit, meine ich. Ja. Die, die in den Mund aufhören, sind relativ wenig. Ja. Und die trauen sich nicht, aber die probieren es in irgendeiner Art im Hintergrund zu unterstützen. Also so, wie ich es jetzt erlebe, könnte man es schon in die Richtung sehen. Man muss sicher mehr, als man würde denken, oder? Ja. Ja. Mehr als in blick oder 20 Minuten stürzen. Ja. Ja, genau. Die probieren alles, dass wir uns als sehr wenige empfinden. Ja. Und so ist es sicher nicht. Und eben, also da, da glaube ich wirklich, dass Zeit für uns in diesem Sinne ist, oder? Auch international. Und das ist ja das Geniale, dass man sich jetzt so Länder über Länder hinweg vernetzt. Man weiss, wie viele Leute es auf der Strasse sind, auch in anderen Ländern. Oder das, das gibt wirklich halt einfach auch, es gibt auch Kraft. Wenn man anschaut, wir sind, übrigens für alle, wir haben das Format am Tisch, aber wir sind am Tisch, wir sind am C, 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 am C. Ja, genau. Geniale Aussicht, aber das könnt ihr selber anschauen, wir müssen halt mal herkommen. Und darum gibt es immer wieder mal Gräusche hinten rum. Vielleicht ist auch der Ton nicht so super. Aber nochmal. Zu unten kommt der Englisch. Genau. Weisst du was, das machen wir so. Jetzt gehe ich ein bisschen drüber, dann blendet es nicht. Dann machen wir hier noch ein Schnitt drin. Also wie wir sehen, haben wir die Seiten gewechselt, denn sie haben immer geblendet. Und jetzt die Katharina. Ja genau. Entschuldigung, die Katharina immer geblendet hat. Wenn ich jetzt auch so schaue, da kriegst du mit, was in Deutschland passiert. Wie das immer, wie sagen wir, die Schrauben angezogen wird. In Australien ist es unterdessen ganz schlimm. Dann haben wir gute Chancen mit dem PMT-Gesetz, den wir angenommen haben. Und noch zusätzliche Gesetze, die in der Bearbeitung sind, auch in die Richtung zu gehen. Was meinst du? Gut, ich hoffe jetzt wirkt noch auf das Covid-Gesetz zu Kappländen wird. Ja. Das ist eine reale Möglichkeit. Ja, das ist eine reale Möglichkeit, oder? Dann sieht es auch nochmal ein bisschen anders aus. Und vielleicht sind wir einfach in der Schweiz auch von der Mentalität gemässigter, als auf das. Also von dem her sehe ich, ich schaue immer mal an den Bernie aus Australien. Der hat, er sagt selber, Australier sind eigentlich unnett und lieb, die kennen eigentlich nichts Böses. Oder? Aber er sagt, und wenn du den so anschaust, dann hast du ja nur Aufgestellten, weisst du so. Und die Reden, also er hat der positive Stimme und alles. Aber wenn du schaust, was die mit der Bevölkerung machen, die lehnen mit sich alles machen. Die können sich gar nicht mehr wehren. Und ich habe irgendwie einfach eine Befürchtung mit dem BMT gesagt, das wir hier angenommen haben. Dass wir der Polizei am Staat als Werkzeug in die Hand genommen haben, die in eine schlechte Richtung gehen. Ja, also das hat mich auch geschockt. Dass das wirklich durchkommt, das hätte ich nie gedacht. Dass das so weit geht. Also das, ähm. Aber andererseits, wir sind wirklich gewohnt, von der Basis her, eben, jetzt schon einmal all die Sammlungen von Unterschriften, oder? Wirklich auch Initiativen zu ergreifen, oder? In dem Sinne, also habe ich schon das Gefühl, wir haben wirklich auch eine andere Kultur. Und es läuft sehr viel an der Basis, wo man jetzt vielleicht nicht so sieht, oder? Also wir haben vielleicht jetzt auch weniger Leute, wo... Es gibt jetzt schon Leute, wo man sieht, oder immer wieder sieht, aber es sind nicht so galleons Figuren, oder? Und das finde ich eigentlich gut. Wir sind breiter gestreut, als in Deutschland noch quer denken, oder so. Ja, genau. Absolut. Genau. Und es passiert an sehr vielen Orten. Gleichzeitig, oder? Und ich hoffe, man kann sich vielleicht noch etwas besser vernetzen. Jetzt auch gerade so mit dem Aufbau von Parallelgesellschaften. Da sind wir jetzt auch dran. Ja. Ähm... Ähm... Das Parallelgesellschaften hat ja so einen schlechten... Ja, ist das... Schlechter Ruf, wenn man... Das kennt man so... Ich sage mal, Deutschland in Großstädt mit irgendwelchen Familien. Parallelgesellschaften aufbauen. Aber das ist anders gemeint, Parallelgesellschaften. Ja, halt einfach wirklich auch wieder so regional tätig sein. Die regionale Wirtschaft stärken. Ähm... Eben halt auch die ganze solidarische Landwirtschaft zum Beispiel. Nachhaltig, biologisch. Ähm... Es gibt auch viele... Zuri hat ja so einige so mit dem... Gemüseabos, wo nachher Leute mitschaffen verbaut. Und das ist jetzt so etwas, was wir fördern möchten. Ich nehme mir das mal ein bisschen rüber, weil ich weiss nicht wie gut, dass man die kürt, wenn man ein Kreis... Oh ja, stimmt. Das ist nicht so ideal. Was nicht einverstanden ist. Ja, genau. Ähm... Ähm... Warte jetzt mal, ich habe den Faden verloren. Ähm... Ja, genau. Und eben so wegen solidarischer Landwirtschaft. Also wir haben jetzt eine Stiftung gegründet. Ja. Wo wir möchten eben so Initiativen fördern. Wo zum Teil eben sich mit den Landwirten, Landwirtinnen zusammen tun. Ähm... Wo nachher vielleicht 50 Leute sagen so, wir nehmen so ein Gemüseabos. Und dann hast du eigentlich die Finanzierung schon. Und vor allem auch den Einsatz, oder? Dass man dann aufs Feld geht. Vielleicht irgendwie 5-6 Mal pro Jahr oder auch 8 Mal je nachdem. Und dann kannst du eigentlich relativ schnell eine Arbeitsstelle schon ersetzen, oder? Ja. Und für dich selber macht es nicht viel Arbeit. Und so einfach wirklich die Grundversorgung mehr in die Schweiz nehmen, wieder aufbauen, nachhaltig machen. Ähm... Dass es... Ja, oder auch nachher halt Kooperationen. Man kann immer noch mit den Nachbarländern kooperieren. Dort passiert das ja auch. Ja. Und eben auch wirklich... Eben... Wirklich Umweltschutz, oder? Nicht nur als irgendwie komisches Label. Sondern wirklich wieder halt... Ja... Vom Bauer für das Volk. Ja. Also direkt, möglichst direkt, ohne irgendwelche Transporte. Ja, genau. Und so, dass sie sich so leisten, biologisch anzubauen. Und klar, eben, das braucht wirklich sehr viel Handarbeit. Jetzt, wenn du Gemüse biologisch anbauen willst. Wir haben es jetzt auch gesehen, an einem Projekt, das wir durchgeführt haben. Und dann... Aber wenn alle ein klein mithelfen, und das kannst du absolut ohne einen Job machen. Also das bringen, glaube ich, alle irgendwie den Stand. Vier, fünf Mal, sechs Mal, einen halben Tag aufs Feld arbeiten, oder? Wenn du hundert Leute bist, dann ersetzst du schon eine Vollzeitstelle eigentlich. Ja, man kann es ja vergleichen mit einer Haufe. Dann haben dir kleine Beiträge. Und damit kannst du einen grossen Prozess gewinnen. Ja, genau. Es ist genau das richtige Prinzip, oder? Und eigentlich, wenn eben wirklich genug mitmachen, ist es so einfach. Es ist möglich, oder? Jetzt... Du hast ja... Nebenbei hast du eigentlich eine eigene Praxis gehabt, in Teilzeit. Warte, machen wir es noch einfach. Hast du irgendwie einen Link, wo die Leute nachschauen können, wenn sie sich für das Projekt interessieren? Dann muss man einfach einen Grund, sonst habe ich in den Kommentaren nachher, wo wir was. Und so kann ich das da jetzt einblenden, und dann kann man den Link teilen. Ja, genau. Also, wir heissen Vitanetz.ch Vitanetz. Genau. Ja. Genau. Und wir haben jetzt eine Stiftung gegründet, und jetzt müssen wir uns dann mit Fundraising auseinandersetzen, weil dort brauchen wir ein bisschen grössere Beträge, oder? Dass wir nachher die Gruppierungen unterstützen können. Ja, einfach nochmal ganz neue Felder, die sich da auf... Die habe ich ja noch nie Fundraising gemacht, oder? Ähm... Ja. Das wird jetzt die nächste grosse Aufgabe sein. Denn eben auch, du hast eine eigene Praxis vor, hast sie in Teilzeit betrieben, und jetzt machst du dich unter mehr... Ja, genau. Vorher habe ich das einfach immer so ein bisschen nebenher gemacht, weil es mir auch Spass gemacht hat, oder... Ich wollte das immer einfach den Standbein behalten. Und jetzt bin ich gerade dran, das ein bisschen hochzufahren. Einfach, dass es dann auch zur Haupteinnahmenquelle werden kann. Du hast deine eigene Homepage, habe ich gesagt. Mhm. Wie findet ihr unten? Das ist www.katharina-lehmann.ch Das tun wir auch einblenden hier unten, Frau. Das ist gut. Ähm... Du hast Praxis in Zürich da? Ähm... Nein, sie ist zwangen an den Aaren. Zwangen an den Aaren. Vermissst du deinen Job als Polizeipsychologin jetzt, oder? Hast du unterdessen etwas anderes auftaucht? Oder sagst du, das ist okay, das passt mir? Also... Ich war ja vorher schon drei Jahre noch bei der Capo Soleton gewesen. Und jetzt 5,5 Jahre in Zürich. Also von dem her relativ lange schon bei der Polizei. Von dem her... Ich habe mich wirklich sehr faszinierend und spannend gefunden. Von der ganzen Tätigkeit her. Aber es ist schon langsam mal... Ich habe es schon ein wenig gesehen gehabt. Also das ist schon ein wenig aufgekommen. Aber es sind einfach wahnsinnig viele interessante Aufgaben gewesen, die ich hatte. Die Leute... Ja, ich habe sehr gerne eben auch mit den Polizisten und Polizisten zusammengearbeitet. Ja, es ist... Also das hat mich wirklich leid getan, ja. Ja, es ist... Es ist... Es war ein Verlust gewesen. Aber jetzt halt... Weil mit der ganzen Situation, wo die Polizei dort wirklich involviert ist, mit der Umsetzung von diesen Massnahmen... Ich könnte auch nicht mehr als Psychologin für die Polizei so arbeiten. Das gehe ich nicht mehr, oder? Von dem her ist es einfach erledigt. Es ist irgendwie ein schweres Herz, jetzt nimmt man einen Abschied. Ja. Ja. Genau. Ja, ja. Und zuerst noch ein wenig Schock natürlich, oder? Einfach der Fristlose war schon ein Schock gewesen. Natürlich konnte ich es ein wenig abschätzen, dass das zu einer Gekündigung führen könnte, oder? Aber... Aber Fristlose... Nein, und nicht der Fristlose. Das ist so jenseits, oder? Das ist so wie eine... Eine Ausbildung. Ja, völlig. Völlig. Ja. Haben wir irgendetwas vergessen, um den Leuten zu sagen? Wann habe ich dich vergessen, etwas zu fragen? Kommt ihr etwas in den Sinn, das du den Leuten gerne noch sagen möchtest? Ja, einfach... Für mich ist es wirklich sehr wichtig. Es ist ja... Eben... Der Druck ist so gross, oder? Und man wird so bombardiert, eigentlich von allen Seiten mit diesem Thema. Und für mich... Ich finde es einfach extrem wichtig, auch etwas zu haben, wo man wie kann... Also... Widerstand ist eins, aber wie oppos... Also... Ich muss es anders formulieren. Einfach etwas dafür machen. Etwas aufbauen. Eben wie jetzt alternative Gesellschaft, oder neues Geldsystem, oder... Eben solidarische Landwirtschaft, oder all diese Themen... Ähm... Ja, dass man wirklich etwas hat, das man auch dafür machen kann. Und nicht nur einen Kampf dagegen. Also ich finde beides wichtig. Aber für mich braucht es wirklich etwas, wo ich wieder sehe, dass es ein Aufbau unmöglich ist. Das ist wirklich etwas machbar. Ja... In meiner Zeit, dann ist das, was jetzt gemacht ist, es ist sehr viel kaputt gemacht worden. Aber es braucht ja auch Perspektive für nacheinander. Ja... Genau... Der Tag danach... Dann muss man irgendwo... Und nicht das aufs Mal... Und jetzt sind wir verloren, sondern dass man dort schon mal Graswurzeln... Ja genau... All die Bewegungen jetzt, oder? Genau... Absolut... Genau... Und das finde ich einfach extrem wichtig. Und einfach, dass man sich orientiert... Es gibt es wirklich eigentlich fast in jeder Region jetzt die Gruppe. Oder es gibt Regiogruppen, die dran sind, oder sich zu finden, oder? Für etwas aufzubauen, oder? Und das finde ich... Ja, einfach extrem hilfreich. Und es ist auch sehr ein gutes Mittel gegen Ohnmacht. Weil manchmal, wenn der Druck so gross wird, oder? Also... Ja... Ich weiss nicht mehr, was ich noch soll. Ich weiss nicht mehr, wie weiter. Und dann fährt man dann in einen Kreislauf hinein, der kann auch gefährlich ändern. Ja... Und so kann man daraus rauskommen. Ja genau... Wo man selber auch wieder in der Angst ist, wie es ja viele sind, oder? Wo man nicht mehr klar denken kann. Und wenn man wieder ein Ziel hat, oder... Ich weiss... Da gibt es andere, wo man zusammen etwas machen kann. Ja, es ist wirklich ein sehr gutes Mittel gegen Ohnmacht. Hast du auch einen Telegram-Kanal für das Ganze, oder machst du das nur via Homepage? Ähm... Also jetzt... Das mit der Stiftung... Dort haben wir einen Kanal, der wird uns dann noch etwas anders ausgerichtet. Genau, den wollen wir ihn dann noch etwas... Wenn wir ihn jetzt relativ klein behalten, und dann wollen wir ihn dann noch etwas mehr verbreiten. Das kann ich dir... Aber das müsste ich dir noch sagen. Einfach... Können wir ihn dann auch einblenden, weil ich schneide... Also schneide... Probieren, um den Ton etwas besser herzukriegen, falls es zu viele Geräusche hat, oder was auch immer. Oder weil ich mich fünfmal verschnort habe, mit beiden Pech- und Pannen-TV... Wichtig ist auch... Zuversichtlich... Wie zuversichtlich bist du, dass das in absehbarer Zeit mal irgendwas... Wenn einmal ein bisschen normaler wird, dann steht da die Spolerei, die es da momentan gibt. Jetzt als Psychologin machst du etwas Positives... Das ist dein Job. Ja, genau. Ja, also... Mittlerweile glaube ich einfach, es ist ein Marathon, und nicht ein Sprint. Und dann ist es einfach wichtig, die Kräfte wirklich einzuteilen. Oder, dass wir nicht alle Energie gleich verschleudern. Ähm... Ja, ich glaube nicht, dass es so schnell zu beenden ist. Aber, ähm... Aber, ähm... Ich bin überzeugt, dass es das Beenden ist. Eine gute Zeit. Ja. Ja. Definitiv. Aber ich glaube, es braucht einfach recht durchhalten Willen. Und das merke ich auch bei mir, oder? Da denkt man so, jetzt... Oder auch die Demos, jetzt noch grössere Demos... Jetzt die Abschlussdemo, und dann reicht's, oder? Und das einfach, ja... Einfach, dass man sich auf einen Marathon einstellt. Und halt... Ähm... Manchmal zwischendurch es sich auch ein bisschen zurücknimmt. Wieder mal alles... Mal ein bisschen draussen lädt. Sich sammelt. Und einfach wieder Kräfte sammelt, oder? Sonst... Sonst kann es ja schon dazu führen, dass man dann eigentlich ausgebrannt ist, oder? Das merke ich auch. Und manchmal... Dann nimmt man es einfach zurück. Dann lässt man die anderen etwas machen. Und dann sagt der, du lass dich mal an, kannst du gehen. Dann geh ich wieder mal so. Dann tust du dich immer wieder abwechseln. Und dann an die Hälfte und unterstützen. Ja, genau. Weil wenn man jedes Mal an jede Demos geht, und und und... Nein, nichts kannst du nicht. Und man lernt zwar so viele Leute kennen, aber irgendwann mal... Kann man und macht man nicht mehr, oder? Und vor allem das ist... Der bist wie eingestellt auf einen Kurzstreckenlauf. Dann machst du das so, oder? Aber ich glaube schon, wir müssen noch etwas durchhalten. Und das wäre schade, oder? Wenn die Leute jetzt so engagiert sind, dann ausfallen. Ich danke dir vielmals, dass ich dich hier besuchen durfte. Jetzt haben wir einen schönen Tag auch. Ja, danke dir. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und ich kann dir weiterhelfen, indem wir dort viele Videos anschauen, dass sie sehen, dass du auch auf einem guten Weg bist. Und da haben wir jemanden, der für uns alle vor Gericht geht. Nicht nur für sich, wenn man es so will, oder? Ja, ich sehe es schon so. Also wenn ich es nur für mich machen würde, dann hätte ich es schon lange hergeschossen. Genau. Nein, ich sehe es auch so. Absolut. Ja, herzlichen Dank dir. Herzlichen Dank. Mit Freude. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Und euch, falls euch das gefallen hat, Daumen hoch in die Kommentare. Katharina kann das dann sicher auch lesen, kriegt es mit. Und herzlichen Dank für das Zuschauen und einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.